Behind His Mask Eine Stecks-Fan-Fan-Fiction von Drachenmädchen Kapitel 39 Part of You Stevi Jay küsste gut. Er küsste sehr gut. Aber dennoch küsste er nicht so gut wie Tim. Jays Lippen fühlten sich gut auf meinen an. Sie fühlten sich richtig an. Und dennoch fühlte er sich nicht so richtig an, wie wenn Tim mich küsste. Innerlich verdrehte ich und nervte die Augen. Selbst in solchen Momenten musste ich anscheinend an Tim denken. Ich versuchte, meinen Kopf von diesen seltsamen Gedanken loszubekommen. Versuchte nicht mehr, an Tim zu denken. Gerade nicht in solchen Augenblicken versuchte ich, mich auf Jay zu konzentrieren, als dieser just in diesem Moment einen Kuss erbrach. Der Atem mit Schwarzherrigen ging schwer und keuchend. Ein Lächeln war auf seinen Lippen zu sehen. Ich lächelte ebenfalls. Meine Gedanken kreisten um mich herum. Jay liebte mich. Er liebte mich. Einen kleinen, blonden Jungen, dessen Haare nie so waren, wie er sie gerne hätte. Mich, dessen Vergangenheit er nicht kannte. Mich, mit dem er noch nie auch nur ein Wort gewechselt hatte. Wie konnte er mich lieben? Wie konnte er jemanden lieben, den er nie hatte reden können? Mit dem er nur Geste benutzte und Zettel geschrieben hatte? Wie konnte er jemanden lieben, über dessen Gegenwart er nicht mal die Hälfte wusste? Und von dessen Vergangenheit er gar keine Ahnung hatte? Ohne Zweifel. Es war wundervoll zu wissen, dass man geliebt wurde. Aber schrecklich war die Ungewissheit, ob ich die Person auch liebte. Denn ja, immer wenn Jay da war, war ich glücklich. Da war auch ein gewiss ein Kribbeln, aber es war eben minimal. Quasi kaum vorhanden. »Stegi«, flüsterte der Schwarzhaarige in diesem Moment und sah mich unsicher lächelnd an. »Alles okay?« Schnell nickte ich und versuchte zu lächeln. Jay seufzte leise auf und ließ sich dann neben mir ins Gras sinken. Seine Augen hielt er starr nach oben gerichtet. »Als dir das zu schnell geht, dann sag das einfach. Ich bin normalerweise niemand der andere so überrascht, aber du hast meine Hand genommen.« Und da dachte ich... Ich legte sanft einen Finger auf die Lippen des jungen Mannes, wodurch er aufhörte zu reden und mich mit großen Augen ansah. Ich zog schnell einen Zettel und Papier hervor und schrieb, »Alles gut. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen.« Der Kost war wundervoll. Erleichterung trat in Jays Blick. Er lächelte leicht. Ich nickte kurz, lehnte mich leicht an ihn. »Danke.« Kurz herrschte Stille, ehe Jay sich aufrichtete und mich musterte. »Du, ähm... Stegi. Ich... Ich wollte fragen, ob wir...« Er räusperte sich. Zögerte. Ich spürte, wie sich meine Lippen zu einem Lächeln verzogen. Natürlich wusste ich, worauf der Ältere hinaus wollte. Trotzdem ließ ich einen Satz aussprechen. Auch wenn es egoistisch war. So war es doch vermutlich das erste und letzte Mal, dass ich die Chance hatte, das jemandem zu mir sagen zu hören. »Naja«, murmelte Jay und spürte nervös mit seinen Fingern. Ich wollte fragen, ob... Ob wir zusammen sein wollen. Er holte tief Luft, sah dann zu mir. Ich ließ ihn eine Sekunde zappeln, ehe ich nickte. Grinsend. Jay schien erleichtert. Leise nahm er meine Hand und gab mir einen saften Kuss auf die Wange. Am Minimal des Kribbeln war die Folge. Und ich konnte nicht anders als zu lächeln. Denn ich war glücklich. Und dann war still. Wir lagen einfach nebeneinander, ohne ein Geräusch von uns zu geben. Weit entfernt konnte man leise ein paar Vögel zwitschern hören. Aber das war es dann auch schon. Abends brachte Jay mich in Satanat zurück. Hand in Hand liefen wir zur Tür, aber als wir das Gebäude betraten, löst sich unsere Hände. Der Schwarzhaarige warf mir einen verwirrten Blick zu. Ich zuckte kurz mit den Schultern. Er würde nicht den Grund dafür erfahren, dass ich niemals vom Mitspieler seiner Partner sein würde. Er würde niemals wissen, dass ich gemobbt wurde. Denn er durfte niemals wissen, was für ein Schwächling ich war. Denn sie durften niemals wissen, dass ihre Beleidigung Schwuchtel zutraf. Ich unterdrückte einen Seufzen und schloss dann die Tür zu meinem und Tims Zimmer auf. Jay grinste mich kurz an, ehe er sich an meinem Schreibtisch niederließ. Sein Blick lädt durchs Zimmer, über mein Bett, über Tims Bett, über unsere Schreibtische, meine Zeichnung. Bei letzterem stoppte er. Du kannst echt toll zeichnen, stellte er mit einem leichten Lächeln fest und sah mich dann an. Ich grinste unsicher und zuckte mit den Schultern. Einen Moment lang herrschte Stille. Komm mal her, unterbrach Jay sie schließlich und deutete auf seinen Schoß. Unsicher machte ich einige Schritte hinzu. Was, wenn ich mich auf seine Schoß setzte und er merkte, wie schwer ich war? Der Schwarzehaarige schien mein Zögern zu bemerken, denn er packte mich kurzer Hand an der Taille, zog mich auf seine Beine. Ich zogte bei der ungewohnten Berührung kurz zusammen. Jay legte seine Arme schützend um meinen Oberkörper und presse mich dicht an sich. Ich konnte sein Herz ein wenig verschnellert schlagen hören. Er nahm seinen angenehmen Geruch. Eine Gänsehaut überkam mich. Jay schien diese zu spüren, denn er begann leise und langsam meinen Arme lang zu streichen, was das Ganze natürlich nicht besser machte. Vorsichtig drehte ich mich um und sah meinen, ähm, Freund an. Dieser lächelte sanft zurück, ehe er sich vorbeugte und meine Lippen in seinen Verschloss. Ich schloss meine Augen und wollte gerade den Kuss erwidern, als ich vernahm, wie die Tür aufgestoßen wurde. Erschrocken wüßte ich mich vor einem Schwarzhaarigen und riss meine Augen auf. Tim war an der Tür stehen geblieben. Er starrte uns vollkommen plex an. Sein Blick zeigte in diesem Moment so viele Gefühle auf einmal, dass es unmöglich wäre, sie alle zuzuordnen. Auf jeden Fall Abscheu, aber das war ich gewohnt. Hass, Ekel, Wut, Verwirrung. Auch nochmal. Und dann war da so etwas wie Trauer. So etwas wie Freude, so etwas wie Enttäuschung und vielleicht sogar Eifersucht. Die letzten Emotionen trafen mich wie mit einem Schlag. Vermutlich bildete ich sie mir nur ein. Aber... Was, wenn nicht? Was bedeutete das alles? Hallo, unterbrach Tim schließlich die Stille und sein Tonfall ließ mich zusammenzucken. Und das nicht, weil er so kalt oder hasserfüllt wäre, sondern... Naja, weil er so neutral und freundlich war. Sanft schob Jay mich von seinem Schoß, damit er aufstehen konnte. Der Ältere machte einige Schritte auf Tim zu und reichte ihm dann die Hand. Hey, ich bin Jay. Tim erwiderte den Händedruck und meinte übertrieben freundlich, dass er... Der... Tim sei. Ich bin Stegis Zimmer mit Bewohner. Für Tim fort. Und ich bin Jay, sein Freund. Jay lachte. Tim zwang sich ebenfalls sein Lächeln auf und schaffte es dabei, irgendwie es echt aussehen zu lassen. Ich... Ich wollte euch nicht stören, meinte Tim und sah dabei vorbei an Jay zu mir. Sein Blick war wieder verschlossen. Nichts konnte ich mal lesen. Jay schüttelte kurz den Kopf und lachte. Schon gut. Ich muss sowieso los. Hat noch viel für die Uni zu tun. Verwirrt sah ich ihn an, doch er winkte ab. Mir ist gerade eingefallen, dass ich morgen eine Klausur schreibe. Er tat, als müsste er kotzen. Aber ich grinste ihn augenverdrehend an. Jay machte zwei lange Schritte auf mich zu und umarmte mich dann fest. Ich krallte meine Hände in sein T-Shirt. Ich hatte Angst davor, dass er wechseln würde. Tim war zwar jetzt freundlich gewesen, aber wenn wir alleine waren, würde sich das sicherlich ändern. Du musst keine Angst haben, dass ich nicht wiederkomme, lachte Jay leise. Ich nickte bloß, obwohl ich irgendetwas ganz anderem langsam Panik bekam. Samm drückte der Größere mir einen Kuss auf die Stirn und ließ mich dann los. Wir schreiben, flüsterte er leise und redete sich dann zu Tim. Er nickte ihm kurz zu. War schön, dich kennenzulernen. Tim nickte bloß. Der Schwarzhaarige schnappte sich seine Jacke und lächelte mir nochmal zu. Dann öffnete er die Tür und trat ihn aus. Sobald die Tür wieder zugefallen war, herrschte Stille. Unsicher sei ich zu Tim, doch dieser schien in Gedanken zu sein. Nachdenklich starrte er auf den Boden. Schien nichts um sich herum wahrzunehmen. Irgendwann sah er dann auf. Seine Augen trafen auf meine und für einen Moment meinte ich, so etwas wie Trauer erkennen zu können. Er stimmte also. Über seine Schwuchtel. Seine Worte trafen mich so hart, dass ich zusammenzuckte. Ich senkte den Blick, traute mich nicht, ihn noch einmal anzusehen. Er liebt dich, meinte Tim und riss mich damit vollkommen aus dem Konzept. Verwürzt sah ich hoch. Er liebt dich wirklich. Tim sah mich nun an. Ich hatte das Gefühl, er würde gleich in Tränen ausbrechen. Aber wieso? Doch, dann schien der braunhaarige sich wieder gefasst zu haben. Er schloss kurz die Augen und als er sie wieder öffnete, war sein Blick kalt und voller Hass. Weißt du eigentlich, wie ekelhaft das ist? Seine Stimme war leise bedrohlich. Es ist nicht normal. Es ist falsch. Schwulsein ist falsch. Er sah mich an und ich spürte, wie ich mir auf die Lippe beißen musste, um zu verhindern, und dann das Tränen begann, über meine Wangen zu rennen. Kurz herrschte Stille. Sprechst du mit ihm? fragte Tim plötzlich und sah mich mit zusammengeknistern Augen an. Langsam schüttelte ich den Kopf. Warum ich Tim das verrät, wusste ich selber nicht. Der braunhaarige wirkte kurz überrascht, nickte dann aber stumm. Wieso nicht? Ich zeugte mit den Schultern. Wieso redest du mit mir, jemandem, der dich hasst, aber nicht mit dem Jungen, der dich liebt? Erneut zockte ich die Schultern. Das war eine Frage, zu der ich selber keine Antwort hatte. Soll ich aufhören, mit dir zu reden? fragte ich leise und fixierte dabei den Boden. Die Worte auszusprechen tat weh, aber ich wusste, dass es richtig war. Was? Überrascht seitdem auf. Nein! meinte er schnell und vielleicht ein wenig zu schnell. Wieso solltest du? Genau, flüsterte ich so leise, dass ich es als kaum verstanden hätte. Und doch war ich mir sicher, dass er es hörte. Wieso sollte ich mit dir reden? Du hasst mich. Wieso sollte ich mit dir reden, wo ich doch mal sonst niemandem rede? Ich spürte Tims überraschenden Blick auf mir legen. Ich wusste ja selbst nicht, wo er der Mut kam, ihm das zu sagen. Weil... Er schien selber keine Antwort zu haben, was er sagen sollte. Weil... Weil du nicht noch mehr geschlagen werden willst, meinte er schließlich und ich zuckte über seinen Worten zusammen. Denn genau das waren die Worte, die mich dazu veranlassen würden, nicht um mit ihm zu reden. Tim hatte ja recht. Wieso sollte ich mit ihm reden? Aber nicht mit Jay. Das ergab doch keinen Sinn. Und in diesem Moment beschloss ich, dass ich von nun an kaum mehr ein Wort mit Tim wechseln würde. Denn jedes Wort, jeder Satz ihm gegenüber tat weh. Weil ich ihm nicht vertraute. Was auch immer genau so gewesen war, dass mich damals veranlasste, nicht mehr zu reden. Es veranlasste mich jetzt dazu, nicht mehr mit Tim zu reden. Denn immer, wenn ich mit ihm redete, hörte ich wieder Dads Stimme von mir. Die Trauer, die Wut, die unendliche Verzweiflung. Ich presste verzweifelt die Hände auf die Ohren, versuchte die Stimme aus meinem Kopf verdrängen zu können. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Tim mich verwirrt ansah, doch in diesem Moment war es mir egal. Tschüss, Tim, flüsterte ich, wissend, dass ich ab nun nur noch so wenig wie möglich gar nicht mit dem Tim reden würde. Und ich war mir sicher, Tim wusste das auch. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, du wärst mir egal. Kapitel 40 Ponderfume Tim Menschen sind kompliziert, weißt du das? Salsen stößte ich den Kopf auf die Hände. Natürlich weiß ich das. Und weißt du noch was? Was? Du bist wundervoll. Ich hob den Kopf und blickte unsicher in die leuchtenden Augen vor mir. Diese Mischung aus dem Blau-Grün war einfach wunderschön. Dein unsicheres Lachen entwich meinen Lippen. Ähm. Danke. Seine Lippen versunken sich zu einem Lächeln. Er fuhr mir sanft mit zwei Fingern durch die verwuschelten Haare. Komm her. Er streckte die Arme aus und ich ließ mich sofort hineinsinken. Glücklich seufzen legte ich meine Hände auf seine Brust und ließ meinen Kopfkuss unter seinen Seinen sinken. Du bist auch wundervoll. Flößerte ich leise und ich hatte noch nie in meinem Leben Worte so eins gemacht wie diese. Er lachte sein schönes Lachen. Es war rau und ich sah hoch, aber es jagte mir jedes Mal ein Schauer den Rücken hinab. Samenstrich ich ihm die Blonden, bereits verwuschelten Haare auszustehen. Er kicherte leise, doch auf einmal klang dieses leise Geräusch so verräterisch. So anders. Der Junge vor mir hob den Kopf, um mich anzusehen. Seine blau-grünen Augen sah mich berund an. Und weißt du noch was, Tim? Hauchte er leise und ein bitterer Ton hatte sich in seine Stimme geschlichen. Äh, was? So leicht reinzulegen. So leicht zu überlegen. Er lachte leise. Dachtest du wirklich? Ich würde dich lieben? Point of you? Stegi? Ich kann heute leider nicht kommen. Tut mir echt leid. Musst zur Uni und hab ne Vorlesung, die ich voll vergessen hatte und dickert echt lange. Erneut las ich Jays Nachricht einfach. Und das einfach, weil ich hoffte, dass sie sich verändern würde. Tat sie aber nicht. Natürlich nicht. Selbst dann ließ ich mich aus Bett fallen und sah an die Decke. Eigentlich wollten mein Freund und ich heute irgendwas zusammen unternehmen, aber wie es aussah, würde das wohl ins Wasser fallen. Es fühlte sich immer noch komisch an, Jays meinen Freund zu nennen. Nicht, weil er nicht toll oder so wäre, denn das war er definitiv, sondern weil er so toll war. Mancher fragte ich mich für einen so guter und guter Sehender, lieber, verständnisvoller und toller Jungen mit mir zusammen sein wollte. Dazu kam, dass ich vorher noch nie mit jemandem zusammen gewesen war. Als recht kein Jung, aber wie es aussah, stand ich auf Jungs. Und tief in mir drin wusste ich, dass ich das schon immer getan hatte. Vielleicht hätte ich es nur nie wahrhaben wollen. Als er mein Handy vibrierte, schreckte ich hoch, in der Hoffnung, dass Jays geschrieben hatte. Eine neue Nachricht von A, staunhaft im Display. Mit einem leichten Lächeln ansperrt euch das Handy, wenigstens eiluschen Zeit zu haben. Wie geht es dir? Hat er ja gefragt. Gut, antwortete ich schnell. Und wirklich? Mir geht es wirklich gut. Das Miley macht das nicht glaubwürdiger. Woher kennst du mich so gut? Das frage ich mich auch manchmal. Und wie geht es dir? Geht so. Was ist denn los? Blöde Erinnerung. Kenn ich. Wollen wir uns weiter ablenken? Klar, gerne. Ich kann also ein Spiel. Sagen jeder eine Sache zu, ich hab noch nie und der andere muss sagen, ob er das schon mal gemacht hat oder nicht. Wenn er es schon mal gemacht hat, muss man eigentlich einen kurzen trinken. Das ist ein Partyspiel, aber ich schlage vor, dass man einem anderen einen Fakt über sich sagen muss. Klient ganz lustig. Also, einverstanden? Ja, du beginnst. Wieso ich? Ist halt so. Ist ja gut, aber du musst aufhören, Smilies zu benutzen. Ich hasse Smilies. Niemals! Ich hab dich auch lieber. Naja, egal. Dann lege ich mal los. Ich hab mich noch nie so sehr betrunken, dass ich am nächsten Tag einen Kater hatte. Hab ich auch nicht. Okay. Ich hab noch nie ohne einen richtigen Grundschule geschwänzt. Als ob du das noch nie gemacht hast. Ähm. Nein. Dauertwa? Was bist du denn für jemand? Natürlich. Aha. Du musst mir einen Facken, würde ich sagen. Sehr gut. Aber hör auf mit den Smilies. Ich meine es ernst. Doppelpunkt. Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Blöd, Mann. Ich hab dich auch lieb. Hör auf, mich nachzumachen. Niemals! Und jetzt fähre ich einen Fackt. Ist ja gut. Also, ich werde demnächst 17. Haha. Wann denn? 16.12. Ich werde dir gratulieren. Versprochen? Versprochen. Du bist übrigens dran mit Nächsten. Ich hab noch nie. Ähm. Okay. Ich hab noch nie ein Geheimnis einer Person verraten, der mir viel bedeutet. Ich auch nicht. Ich bin noch nie mit einer Person des gleichen Geschlechts über einen Kuss hinausgegangen. Ailo? Du schon? Ähm. Vielleicht. Oh. Okay, ich hab da echt nichts gegen. Also, gegen Schwule oder so. Wirklich nicht. Ich habe... An dieser Stelle unterbrach ich mich. Irgendwas hinderte mich daran, Ailo zu sagen, dass ich einen Freund hatte. Irgendwie wollte ich nicht, dass er es wusste. Und das nicht, weil ich ihm nicht vertraute, den eigentlichen Grund kannte ich selber nicht mal wirklich. Auch schon den Jungen geküsst, veränderte ich den Satz. Wann? Vor ein oder zwei Monaten, antwortete ich. Ich wusste nicht wieso, aber eben gewollte ich nicht, dass Ailo das mit Jay mitbekommt. Nicht jetzt. Schön für dich. Na ja. Können wir das Thema wechseln? Klar, nur ich hab echt nichts dagegen, dass du Schwule oder Bi bist. Ich bin nicht schwul. Ich bin hetero. Da wird das Klaas, verdammt. Wieso war es denn so schlimm, schwul genannt zu werden? Außerdem war er doch auch über ein Kuss mit einem Jungen hinausgegangen. Äh. Okay. Entschuldige. Schon gut. Hab überreagiert. Vergiss das. Geht klar. Spiel beenden. Wäre vermutlich besser. Läuft es in der Schule bei dir? Ganz okay. Ich kann mir meistens gut mit, wenn ich nicht mal gerade abgelenkt werde oder so. Na dann ist ja gut. Du Stegi? Ich muss leider los. Es gibt Essen. Du hast einen Zweifel benutzt. Du hast einen schlechten Einfluss auf mich. Was glaubst du das nicht selber? Nö, eigentlich nicht. Schreiben wir nachher nochmal? Na klar, gerne. Ich freu mich drauf. Lächeln legte ich das Handy beiseite. Ein Blick auf die Uhr bestätigte mir, dass bereits eine ganze Menge Zeit vergangen war, seit Ailo und ich zu schreiben begonnen hatte. Ich hatte ihn irgendwie liebgewonnen. Inzwischen schreiben wir häufiger miteinander. Allerdings musste ich zugeben, dass ich noch kaum etwas über ihn wusste. Er redete nicht gern über sich. Und dann vertraute ich ihm. Irgendwie. Er hatte immer aufmutternde Worte und brachte mich zum Lachen. Nur diese eine Sache war komisch. Es war ja nicht schlimm, dass er mit einem Jungen schon weiter als einen Kuss gegangen war. Aber wieso streckte er dann so heftig ab, dass er schwul bzw. Pi war? In diesem Moment klopfte er es an der Tür und Tobi schaute ins Zimmer hinein. Wir wollen ja jetzt am Projekt weiterarbeiten. In Hannas Zimmer haben wir alles vorbereitet. Hoffe, dass du gerade Zeit hast, ja? Ich rappelte mich auf und nickte leicht. Tobi führte mich in die Gänge der Mädchen. Ich bin hier noch nie gewesen. Ist alles okay? Fragte er plötzlich, während wir nebeneinander daher liefen. Überrascht sah ich auf und nickte leicht. Ich frage, weil du ja mit Tim im Zimmer bist. Ist irgendwas passiert? Kurz überlegte ich ihm zu erzählen, dass Tim mich wieder geschlagen hat. Schnell beschloss ich aber, ihm nichts davon zu erzählen. Immerhin war das ja Alltag. Traurig irgendwie. Also schüttelte er ich nur stumm im Kopf. Tobi durchbohrte mich mit seinem Blick und ich wusste, dass er mir nicht glaubte. Trotzdem sagte er nichts dazu. Stattdessen nickte er einfach nur. Nach einigen weiteren Sekunden, die wir schweigend verbrachten, blieben wir vor einem Zimmer stehen. Tobi klopfte. Als niemand antwortete, zog er leicht mit Entschuldigen und drückte die Tür auf. Augenblicklich wünschte ich, er hätte es nicht getan. Denn am anderen Ende des Raumes saßen Tim und Hannah. Doch sie saßen nicht einfach nur da. Nein. Sie waren eng und schlumm und in dem Moment, wo wir reinkamen, fuhren sie erschrocken auseinander. Ich wollte nach Luft schnappen, doch da war keine Luft, die ich hätte aufnehmen können. Und auch wenn ich einen wundervollen Freund hatte, so tat dieser Anblick viel mehr wehr, als er durfte. Irgendwo tief in mir drin war es, als würde etwas zu splittern beginnen. Als würden die Splitter sich von innen in mein Herz bauen, während dieses Entweite zerbrach. Ich wollte meine Hände zu Fäusten, um den Schmerz zu unterdrücken, presste meine Fingernägel ins Fleisch. Einen Moment, nachdem Tobi die Tür geöffnet hatte, welchen die beiden auseinander und ließen sich los. Hannahs Blick zeigte keinen ihrer Gedanken. Sie war mich einfach nur an, und das war, als würde sie mich mit ihrem Blick durchbauen können. Ein Schaudern ging durch meinen Körper. Schnell wandte ich meinen Blick ab und begegnete so Tims Augen, welche uns erschrocken aufgerissen mussten. Ich schluckte, als wir uns einen Moment lang direkt ansehen. Hast du mir etwa etwas zu erzählen, Timbo? Tobi hob Fragen einer Augenbrau und trat ins Zimmer ein. Ich trat es ihm nach und machte langsam die Tür hinter uns zu. Mein Herz raste verräterisch schnell. Nur aus dem Augenwinkel bemerkte ich das kleine Nicken, welches Tim Tobi als Antwort auf seine Frage gab. Und dennoch lagen die Augen des Braunhaarigen die ganze Zeit auf mir. Wie kannst du mir so wichtig sein, obwohl ich dich eigentlich so sehr hassen sollte? Hi. Ich will ja nicht sagen, aber wie soll man Smilies formulieren? Ich meine, weil, ja, also Eile und Stegi haben halt, Eile und Miet und Stegi, ich komme mir so seltsam vor, wenn ich Eile und Miet zeige. Jedenfalls haben halt miteinander geschrieben und da kam halt das Eile und Zweite drin vor. Aber ich will jetzt auch nicht so wie Serien sagen, so Doppelpunkt, Klammer zu oder kleiner als drei. Und ich weiß auch nicht, aber einmal war es halt eine Nachricht, da war nur Smilies und ich dachte so, fuck, was machst du jetzt? Weil das halt dann schwer zu sagen war. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe das ungute Gefühl, dass die Qualität der Zeit sinkt, aber egal. Also, schau bei Christelküste vorbei, schau bei Drachenmädchen vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schau bei Christelküste vorbei und bis zum nächsten Mal.